Ladies and Gentlemen, heute Willkommen zu einem neuen Video hier mit mir, dem Chaos Flo 4... Entschuldigung, ich hab nicht versprochen, ich bin ja gar nicht Chaos Flo. Mein Name ist Chaos Furz 44. Entschuldigung, willkommen hier zu meinem Video. Leute, hier auf dem Kanal von Easy Cheesy natürlich, alles klar. Wieso bist... Heute... Ja, ich bin was? Was möchtest du mir sagen, Flo? Ich bin eine Schallplatte? Bin ich etwa das? Ich starte die Musik, ich mach's. Nein, hör auf die... Nein, Flo. Flo, bitte starte nicht die Musik. Bitte keine Minecraft-Musik. Ich copyright dich. Heute, das ist der Tag, auf den wir alle gewartet haben, denn heute bin ich eine Maus und wir werden von einer gigantischen Katze verfolgt. Hier, in mehreren Leveln, kommt uns eine riesige Katze hinterher. Soll ich sie dir mal zeigen, Flo? Komm. Ich würde mal sehen. Komm mal hier, hier. Komm, kleine Flo. Ja, braver, braver, Flo. Nein, das ist eine Statue. Oh, guck sie dir an. Nein, das war eine Statue. Aber hier, hier lauert die richtige Katze und sie ist gerade noch eingesperrt hinter uns, ich bache im Glas. Hey, die bewegt sich, die lebt. Da kommen wir nicht durch. Ja, natürlich lebt sie. Und sie frisst kleine Mäuse wie uns und Melonen. Oh nein, ich bin auch, aber ich bin nicht... Ey, ich hatte wirklich immer eine Katze, die Wassermelone gegessen hat. Flo, ich wäre ein bisschen vorsichtig an deiner Stelle. Alles klar, ich würde sagen, let's start the game. Escape the cat. Und wir haben hier verschiedene Level... Ja? Denkst du, Katzen mögen Melonen? Warte, das Käse hinter uns, wir müssen ihn... Lauft. Warte, ist die Katze hinter uns, Flo? Ja, doch, die kommt schon. Oh, oh. Ah! Oh mein Gott, ich habe blauert die Katze. Was? Was? Was war das? Was war das? Oh mein Gott, ich habe... Was war das für eine Katze? Ich habe Blaustärke auf Maximum gehabt. Was war das gerade, Alter? Das klingt ja so gruselig. Warte, wir dürfen nicht... Warte, stopp. Also ab hier... Ah, ich sehe Kohleblöcke am Boden, siehst du es? Ah, das heißt, wir dürfen nicht mehr auf den Boden. Die Katze, die macht Katzengeräusche. Moment mal. Hier rüber. Die macht Katzengeräusche, die Katze. Meine Katze, die Katzengeräusche macht... Du kannst die ganzen Cheese Points hier einsammeln, Flo. Komm mal da rüber. Oh, oh. Nein, ich wurde verlangsamt. Und die Katze hinter mir. Die Katze ist schon hinter uns? Flo, lauf. Hinter mir, du bist weit voraus. Ich bin weit... Oh, oh. Ah! Ah, nein! Ah, ich höre sie. Ich höre sie. Ich habe Cheese Points. Flo? Wow! Oh, ich habe es geschafft. Okay, ich gehe mal weiter. Ist die noch hinter mir? Du bist tot, oder? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ja, ja. Hilfe, sag mir, wenn sie zu nahe kommt, bitte. Ich gehe rechts lang. Das hörst du. Die macht also komische Geräusche. Ich weiß. Die miaut. Oh, du bist voll weit. Ah! Flo, wenn die Katze mich erwischt, werde ich nie wieder YouTube-Videos machen können. Dann stell dir das vor. Oh nein! Oh, ich höre die, ich höre die. Ich höre sie gerade nicht. Ach so, Cheese Points? Ist die schon... Ich habe Cheese Points ohne Ende. Ah, die behalte ich mich. Hier rechts lang. Ich kann den Weg mittlerweile schon ganz gut. Die Katze ist doch... Oh nein, hörst du sie? Sie klingt irgendwie wie so eine schreitende Oma. Okay, ich habe es geschafft. Okay, komm, dann holen wir uns den Cheese Point. Hier an der Seite vorbei. Hier, doch, hier waren wir schon mal. Ich gehe mal links lang. Hier sind mehr Cheese Points gewesen. Oh, sie nehmen uns. Warte, so weit waren wir noch nie. Oh, warte, post auf. Ich springe einfach drüber. Oh, oh. Ja, du kannst einfach drüber bei diesen komischen... Ja, wenn du richtig abspringst, dann kommst du da rüber. Come on, yes. Okay, das hat funktioniert. Oh, wir sind so weit. Hast du sie? Ja, ja, ja. Sie muss irgendwo direkt hinter uns sein. Oh mein Gott. Help me. Bitte, ich möchte nicht... Oh, warte, 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 warte. Nein, ich bin in den Voids. Flo. Oh, no, 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 no. Come on. Jump, jump, jump. Okay, okay. Ich sehe dich. Ist sie nah? Warte, pass auf. Sie ist noch, noch, noch. Warte, sie springt auch. Hilfe. Hier rüber. Ich gehe rechts, du links. Ich gehe links, ich gehe links. Okay. Oh nein, da wurde ich geslowed. Die Katz ist irgendwo hinter mir. Kannst du die ganzen Cheezies mitnehmen? Die ganzen Isos mit... Hier vorbei. Jump. Yes. Go. Okay, come on, come on. Die Katze ist da hinten irgendwo. Ich sehe sie gerade gar nicht mehr fast. Ich hoffe, sie wird nicht schneller mit der Zeit. Oh, die wird bestimmt schneller. Die kriegt immer mehr Hunger. Und wenn kleine Mäuse wie uns essen... Ich höre sie. Oh, guck mal, pass auf, jetzt hoch. Hier hoch? Stimmt, da bin ich in den Void gefallen. Ja, ich bin drauf. Haben wir es gleich geschafft? Oh, pass auf. Bitte sag mir, dass wir es gleich geschafft haben. Keine Situation. Ich glaube, davon ist das Ende. Come on. Stimmt, du sahst am Anfang auch raus? Flo, wir müssen der Katze entkommen. Ah, die ist dahinten erst. Lahme Katze. Ja, komm, schon kleines Kätzchen. Oh, okay, ich laufe. Oh nein, sie wird immer aggressiver. Ja, ja. Ich habe sie wütend gemacht. Sie kommt näher. Ich höre sie auch. Oh, no, no, no. Warte, wo ist echt lang? Oh, pass auf, hier wird es schwierig. Hier musst du links lang. Links lang? Warte, jetzt gleich hier. Jetzt gleich, gleich links. Hier links. Übers Hütchen. Okay, okay. Ich war, ich war zu, oh oh. Ich war ein bisschen zu langsam. Ich habe die Katze wütend gemacht, Flo. Oh oh. Das war keine so gute Idee. Yes. Nein. War da das Ende? Ja. Wir können jetzt einfach mal, sag mal, wirst du hier tippet und ich nicht breche ein. Wir können uns jetzt hier im Shop erstmal angucken, was wir uns mit unseren Punkten kaufen können. Wir haben jetzt Punkte bekommen für das Weglaufen vor der Katze, Flo. Warte, wo sehe ich meine? Oh, wegen den Cheesy, die wir gesammelt haben. Wegen den Cheesy-Käsen, die wir gesammelt haben. Wir haben Schneeflocken. Was soll das hier sein? Ja, was ist das? Ich check's nicht. Keine Ahnung. Das sind Münzen. Münzen sind das. Münzen sind das. Hier sind Leitern. Ja. Das ist aber nicht so nice, oder? Hier sind Flügel. Ist das Käse? Nee, das sind einfach Taxis. Das ist Feuer. Hör mal, warte, warte. Hier ist so eine Geld-Trail. Da ist Feuer. Oh, hier sind Herzen. Ah, ein heilendes Herz. Was? Das ist ja cool. Warte. Gibt es doch was anderes oder ist das alles, was es gibt? So spare ich. Du kannst hier... Nö, nö, das ist alles, was es gibt. Ich habe mir ein heilendes Herz gekauft. Das kann ich droppen und dann werde ich geheilt, glaube ich. Und vielleicht kaufe ich mir noch irgendeine coole Trail. Hier sind Blumen. Haben wir hier irgendwas hübsches? Hier wird das Eis haben, glaube ich. Frost Level. Frost Level. Was? Du kannst hier Levels anlocken. Ach, schau mal. Wir können uns verschiedene Levels anlocken. Was wollen wir erst jetzt machen? Ach, lol. Jurassic. New York. Industry. Railway. Das klingt doch schön hier. Das Frühlingslevel. Okay, alles klar, Leute. Frühlingslevel ist gekauft, ist im Warenkorb. Und ich habe es auch schon bezahlt von Flo seiner Kreditkarte. Warte, warte, warte. Und da würde ich sagen, wir hauen das Ding einfach mal rein. Das ist Spring Level. Da ist es auch schon. Und laufe vor der Katze weg im Frühling. Let's go. Ich glaube, die sind extra besonders aggressiv im Frühling. Da sind wir. Sieht auch noch nicht sehr frühlingshaft hier aus. Okay, okay. Wir dürfen nicht langsamer werden. Ist die Katze schon da? Ja, die ist schon hinter uns. Schwierigkeit einfach immer noch. Jump. Die machen dich langsamer. Das darfst du nicht vergessen. Ja, das waren Fleischfressende Pflanzen. Fleischfressende Pflanzen. Warte, die essen hier auch Mäuse. Die war ich ja nicht. Das ist jetzt Spring Level. Okay. Wobei ich es eigentlich viel hübscher finde, als das, wo wir davor waren. Das ist einfacher. Ich glaube auch. Deswegen mussten wir das noch kaufen. Ich habe einen guten Geschmack. Ich bin vor dir. Hä, du bist gar nicht vor mir. Ach, du leifst es da auf dem Beton. Oh, wie unfair. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Nein, deswegen bist du schneller. Yes. Ja, Junge. Cheaten kann ich auch, weißt du? Siehst du die Katze? Wow. Die Katze. Pass auf, es sind ganz viele Blumen. Kätzchen. Da hinten kommt sie um die Ecke. Wirklich? Soll ich denn da jetzt drüber kommen? Doch. Fall nicht rein, Flo. Fall nicht drauf rein. Bist du reingefallen? Ich bin nicht reingefallen. Ich lebe noch. Oh, nice. Okay. Ich hoffe, du bist first try. Jump. Ich hoffe es. Come on. Oh mein Gott. Ich höre sie schon wieder. Ich glaube, sie hat auch gelernt, wie man schneller läuft. Der Cheese ist schwer. Du hast dir erst mal den Trail mit dem Bunny geholt, Alter. I knew it. Ich dachte, grün passt zu mir. Ja. Jump. Bist du nicht bei mir, oder? Ich bin direkt bei dir. Ich habe ja wieder aufgeholt. Ich komme sicher vor dir ins Ziel. Cheese. Ja, dann hol dir den Käse. Dann gehe ich einfach weiter. Wow. Come on. Cheese collected. Ich habe nicht bekommen. Nein, du hast sie geklaut. Der Cheese wurde gegessen von der Mouse. Nein, das hat mir schon gefällt. Oh nein. Come on. Das warst alles du. Oh oh. Komm ans Ende los. Ich glaube, ich habe es nicht mehr weit. Komm schon. Yes. Wir haben es denn erlebt. Nein. Wer hat so versucht. Wir haben die Katze überlebt. Was wollen wir als nächstes? Lass mal die Level angucken. Was gibt es hier noch? Temple. Mountain. Hotty Whipen. Ah, da geht es zurück. Wir müssen... Oder... Nee, Frost sieht ja auch gut aus. Drache. Wollen wir Frostdrache machen? Bist du eigentlich mehr so der Sommer- oder der Wintertyp? Ach, da lang, oder? Äh. Run. Früher Winter, jetzt mehr Sommer. Läusen. Alter, das ist richtig schwer. Bitte was? Ich war gerade im Void und ich habe es überlebt. Ha. Ja, im Void. Frank. Warte, dürfen wir in den Schnee? Ich glaube, wir haben uns eigentlich... Ja, der schwerste Level überhaupt ausgesucht. Die Katzen sind hinter uns. Nennst du nicht so schwer? Flo, Sommer oder Winter? Was magst du lieber? Äh, Sommer. Sommer, wirklich? Ich glaube, wenn ich in Österreich leben würde, würde ich Winter besser finden. Oh, oh. Jump. Flo, du musst mitkommen. Jetzt ist es... Nein, Flo! RIP. Oh, oh. Ich höre sie. Da ist sie. Lauf. Oh, nein, die steht hinter dir. Lauf, kleine Easy-Maus. Nein! Flo, komm schon. Hier bist du letztes Mal gestorben. Diesmal musst du es schaffen. Musst rechts lang springen. Oh, stimmt. Ja, nice. Okay, okay. Let's go. Wir sind relativ weit vorne. Warte, hier bin ich gestorben. Muss ich aufpassen? Wow. Ja, wir sind raus. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ich sehe nichts. Wie lang? Hier ist der Käse. Zehn Cheese-Points. Nice. Melonen und Winterkürbisse. Der Käse nimmt easy, der ist langsamer. Oh, lecker. Ist doch okay. Die Katze ist doch noch weit, weit hinter uns, Flo. Ja. Ich kann sie gar nicht sehen mehr. Die ist schon völlig aus meinen Augen verloren worden. Oh, ich mache Cheese-Points. Hast du meine Cheese-Points geklaut? Ach, ich dachte, die gibt es für uns beide. Oh, no, no, no. Löcher. Wir sind super viele Löcher am Weg. Oh, es sind noch mehr Löcher nach oben. Okay. Lieber langsam. Wir haben viel Vorsprung. Haben wir? Ich hoffe es. Ich weiß halt nicht so genau, wo die Katze ist. Hier ist ein Dorf. Hier ist ein Winterdorf. Nice. Bin bei dir? Come on. Sind die Schneehauser hier? Was? Yes. Warte. Cheese-Point. Oh, kleine Katze. Hallöchen. Warst du wieder zu langsam? Flo, ich bin noch nicht mal da. Was soll's? Alles klar. Dann komme ich jetzt zu dir. In's Spiel. Nice. Alles klar. Ja, cool. Freunde, ich würde sagen, wir haben es geschafft, der Katze hier heute zu entkommen. In einigen Leveln, in einigen war es ein bisschen schwerer. Ei-Kätzchen. Ja, ich weiß, du würdest gerne kleine Maus essen, aber für heute reicht's erstmal. Begnüge dich doch mit etwas leckerem Käse. Los. Ja. Okay, alles klar. Das war's hier mit unserer Folge von Minecraft. Like da lassen, bei Flo vorbeischauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta. Hasta la pasta.